Guten Abend. Darf ich fragen, wie war das erste Mal die Thai-Massage von dir? Also ich muss sagen, für das erste Mal in einer Thai-Massage zu sein, das war eine sehr schöne Erfahrung. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist eine tolle Frau, die sich sehr viel Mühe gibt. Und ich denke mal einen Muskelkater zu haben, das ist definitiv normal. Sie geht auch mit ihren Händen sehr gut um. Sie macht das wirklich, wirklich gut. Es war eine richtig einmalige Erfahrung und ich komme gerne wieder. Darf ich fragen, weil so viele Menschen Angst haben, die Thai-Massage. So viele Menschen Angst haben, dass es schmerzen. Was denkst du? Also ich bin auch hergekommen und wäre eher enttäuscht gewesen, wenn es schmerzlos wäre, wenn ich ehrlich bin. Also natürlich gehört ja zu einer Thai-Massage auch dazu, dass man an Stellen angefasst wird, die... oder doll angefasst wird und doll massiert wird. Das gehört da definitiv dazu. Von daher, es gehört ja zu der Erfahrung an sich dazu, dass man auch wirklich doller massiert wird, als der Europäer das kennt. Oh, doller, ne? Ja, genau. Ganz genau. So viel kauf. Ja. Gibt Gas. Ja. Ja, das war sehr schön. Ja. 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 Wenn man einen 9-to-5-Job hat und viel sitzt, ist definitiv etwas, was einem wirklich auch wieder über den Alltag hilft. Ja, richtig. Das weiß so viele Menschen, die vergessen sich sehr, aber die Massage, nicht nur entspannt, Ich habe auch U-Bunkern und Blockaden und alles rausgegeben. Und was noch? Danke für dich selbst. Danke für dich selbst. Weil es jeder Tag. Deswegen sage ich zu dir Danke für deine Geschenk. Das ist so ein guter Schong. Ich danke dir. Ja, ich danke dir auch. Danke schön.